Und zu einem neuen Video. Ja, hier gibt es die ersten Hochrechnungen der Wahl aus Hamburg. Und die möchte ich nicht vorenthalten und möchte auch zu jeder Sache mal kurz einen Kommentar sagen. Also das ist nur eine Hochrechnung. Das offizielle Ergebnis wird noch kommen und da werde ich dann auch nochmal ein Video zu machen. Und zwar sehen wir hier, die SPD verliert 8,1%, aber ist trotzdem noch stärkste Kraft. Die CDU verliert 4,4% und ist nur noch die drittstärkste Kraft. Die Grünen sind der große Gewinner. Sie gewinnen nämlich 13,2% und sind damit neue zweitstärkste Kraft in der Hanse-Stadt. Die Linken gewinnen 0,5% und sind damit viertstärkste Kraft. Die FDP verliert 2,4%. Aktuell wären sie noch knapp drin. Aktuell wären sie noch knapp drin. Allerdings raus wäre die AfD, die 1,4% verliert und nur noch 4,7% hat und damit die 5%-Hürde nicht mehr schafft. Ich sage es nochmal, das ist nur eine Hochrechnung. Offizielle Ergebnisse werden noch kommen. Aber was man definitiv hier schon mal festhalten kann, sind, dass die SPD die Wahl gewonnen hat und die Grüne zweitstärkste Kraft ist. Sprich, SPD und Grüne haben gemeinsam 50%. Ich denke mal, auch SPD und Grüne werden ganz normal zusammenarbeiten. Dann würde ich sagen, bis zu einem neuen Video und tüs.